Frische Ausstrahlung und ein ebenmäßiges Finish mische ich den Illuminating Skin Perfektor, der auch als Base oder Highlighter verwendet werden kann, vor dem Auftrag mit dem Multitalent Tinted Balm einer zart getönten Tagespflege. So kommen die lichtreflektierenden Pigmente schön zur Geltung und gleichen optisch kleine Unebenheiten und Fältchen aus. Der Multitalent Tinted Balm pflegt und schützt die Haut unter anderem mit Aloe Vera, grünem Anschluss mit dem Powderbrush etwas Fixing Powder auf. Dieser ist transparent und passt sich jedem Hautton an. Beginne dabei mit der Health Tree. Lassen sich Lidschatten besonders leicht und gleichmäßig auftragen, besonders weich in Richtung Schläfe auslaufen. Dies gelingt besonders gut, zu Mitte hin sanft auslaufen. Der Kajal Definer ermöglicht einen sehr präzisen Lidstrich. Dafür ist der Simpantusche verstärkt den Ausdruck und öffnet den Blick. Die All-in-One nutze ich den Bronzing Powder. Beide Produkte rein und ganz weich auf alle erhöhten Stellen auftragen.